Herzog de Pys wünscht ein Treffen mit euch in dieser Schlucht. Es sieht so aus. Es ist eine Falle! Sir Longarm hat recht! Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzog de Pys vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert euren Kornspeicher, Sir. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Auch hier, im Baus wird der Z всё gesweight nim площ ز grade. Jetztyschliff kommt aus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin! Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin! Euer Gnaden! Bin zur Stelle! Eure Befehle? Pfeile bereit! Rücken aus! Bogen gespannt! Visiere an! Das ist leider nicht möglich! Das ist leider nicht möglich! Ziel angepeilt! ZDF für funk, 2017 Pfeile bereit! Sind auf dem Weg! ZDF für funk, 2017 Bin zur Stelle! Ja! In Bewegung! Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist euer! Mein Herr! Rücken aus! Rücken aus! Anzei! Rücken aus! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Wir benötigen Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Überraschung. Ja, das ist etwas ja. Ich hab die Stürmer. Aber ich habe den Schatz geklatt. Ich habe das Schatz. Aber ich habe das Schatz. Was ist das Schatz? Na, was soll ich an der Schatz? Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Eure Befehle? Böse! 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 Musik Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Musik Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord! Musik Das Volk liebt euch, mein Lord! Musik Bin zur Stelle! Musik Ja, in Bewegung! Musik Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Musik 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 Unser Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Musik Musik Unsere Goldvorräte wachsen, Sire! Musik Bin zur Stelle! Bogenschützen bereit! Musik 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 Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Musik 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 Benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bin zur Stelle. Mein Herr. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Eure Befehle in Bewegung. Untertitelung des ZDF, 2020. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Zahler. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ja! Bogenschützenbereit! Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Bin zur Stelle! Mein Herr, Rücken aus! Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe ebenso. Eure Befehle sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Zahler. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Die Truppen der Ratte greifen an! Die Truppen der Ratte greifen an! Die Truppen der Ratte greifen an! Ja! Ja! Bogenschützen bereit! Ich bin zur Stelle! Mein Bogen ist euer! Und unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Bin zur Stelle! Mein Herr! In Bewegung! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle! Eure Befehle! Bin zur Stelle! Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden! Die Truppen der Ratte greifen an! Ja! Bogenschützen bereit! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire! Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord! Das Volk liebt euch, mein Lord! Mein Bogen ist euer! WDR 2 2 2 3 4 Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bin zur Stelle. Das ist leider nicht möglich. 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 Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk huldigt euch, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Mein Herr, in Bewegung. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Ja. Booster. Ich bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ja, Bogen gespannt. Eure Befehle? Das ist leider nicht möglich. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Das ist leider nicht möglich. Visiere an. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Wir sind auf dem Weg. Ja. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bogen schützenbereit. Bogen schützenbereit. Bogen schützenbereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Lachen. Bogen schützenbereit. Bogen schützenbereit. Eure Befehle? Unsere Lebensmittelvorrechfe schmierig nach hin. Euer Gnaden. Bin zur Stelle. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Eine Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Wir sind siegreich, Sire.